und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ich habe ehrlich gesagt jetzt total vergessen was wir eigentlich machen sollten aber wir sollten glaube ich noch draußen den weg irgendwie finden ich glaube ja ja so sagt ob das rb 1 ist so nicht ja zwei ich sprühe funken auf der kupferleitung ist okay du springen musst du auch pass auf ja ja wir surfen über die leitung und ich sehe nicht mehr weil ich eingestellt habe muss auch springen und weiter flitzen ich sehe nichts mehr ja super ja das hast du ja geil gemacht okay ich stelle mich erst mal hier drauf wenn er ich weiß wie man muss dann wahrscheinlich es geht gar nicht also ich hätte jetzt gesagt hi ich hätte gesagt wir müssen da jetzt im lauf nach links aber du sagst das geht nicht ja ich habe von mir aus von hier aus können was nicht was macht er denn wieso springt er da runter gleich ja das stößt einen total ab okay also es muss irgendwie hier mitgehen ich guck mal was du da machst jetzt ach so ja doch geht aber aber wo muss ich dann hin muss ich da auf das grüne also ich habe jetzt einen doppelsprung gemacht ja 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 das geht mit dem grünen ich bin direkt hinter dir schatz wenn du irgendwo gegen knallt sag mir rechtzeitig bescheid ja du musst springen ich stehe hier ja geil ich gehe ich gehe rüber auf die andere seite ja auch ich weiß auch dass es interessiert ist ich wollte gerade noch sagen ich weiß aber nicht ob das richtig ist hilfe wie macht man das ja einfach springen kommt man denn hier gerade ich will nicht ich hier kann ich hier kann ich wieder rb drücken oder wir können hier weiter also ich schätze eher dass wir weiter müssen warte mal ich muss da oben erstmal hin irgendwie ist das da oben nein ich wollte gar nicht darüber ja du musst mir mal das nachmachen war ja klar warte mal hier ist auch einer ich muss das hier machen ach so kannst du dich daneben stellen nee kannst du da rausspringen aber wann musst du darauf springen ich habe doch einen viel längeren weg ja ja was auf ich guck mal wir müssen das teilen mir irgendwie guckt mal dass du vielleicht rausspringen ist kurz bevor ich vor den balken dahinten bin im dicken also bleibt mal da stehen jetzt ja ich bin tot jetzt das warum hat er das nicht gemacht der b gedrückt ja aber da steht gerade bei dir kein rb drin da steht irgendwas anderes ja immer zurück ja ich muss springen und rb drücken stell dich noch mal hin das ist ja dämlich ist das so eine art entgegner so schwer wie das gerade ist jetzt das war zu spät glaube ich also ich habe jetzt gedrückt na okay muss nicht ganz synchron sein auch schnell kommt schnell du musst rücken habe ich bin tot ich habe zu drücken nein da bin ich jetzt tot hilfe ich bin tot naja du kommst wieder danke dass du mich so schön umbringen können wir ja und los warte ich muss jetzt drücken wir müssen beide drücken wenn man dran vorbeikommen danach bringen doch ich habe die taschenlampe mitgenommen ich sehe nichts weil ich sehe nichts mehr was muss ich machen nein rb 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 aha aha wieso ist das so eine kurze ansicht hilfe ich wusste jetzt nicht wo ich hin muss ich bin jetzt mal einfach stehen geblieben aber ich denke mal wir müssen müssen wir da hoch kann man kann auch meine ansicht hier nicht ändern das ist doch scheiße warte mal also warte mal müssen springen nicht mehr zugleich ja wuhu es lebt es lebt Sie sahen wie dollen, aber sie waren eigentlich ihre Eltern. Ich weiß, wer du bist. Nichts schlafen meine Lenz. Schau! Was? Hier? Okay. Oh! 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 I look dead! Am I dead? You're not dead! What? What's going on? Oh, no! What's the matter with us? Sieht wieder faul auf der Couch. Ja, immer. All I know is that Rose sat down there with her dolls and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else? Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh. I know, quite unusual for Rose, but I am 100% sure because I could see her tears falling onto the dolls. Oh, wait a minute. I know what happened. It's a spell! Oh, don't be ridiculous, Cody. We've got to apply logic. May. Okay. We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For goodness sake, I don't even believe in spells. Okay. Well, did you believe that you could be turned into a wooden doll, huh? Exactly. It had to be the tears. It was a spell, I am telling you. So, if it is a spell, how do we break it? Okay, I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space. I need to think. Okay. So, if the spell was cast through her tears, then in order to break it- Oh. In order to break it, we have to reverse it through her tears. Boom! Right. Okay. We basically have to find her and make her cry on us again. Really? Mm-hmm. Okay. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? Hmm. She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Uh, come on, May. Uh... Uh... Oh, but how do we get her room from here? Easy! We just climbed the tree! Ja, genau. Wir sind draußen. Total easy ist das. What? You're never gonna make that jump. Yeah? Watch me. Pass gut auf. Oh! God damn it! Come and throw the birds! Whoa! Come on over! We'll throw us the rope! It's too far! Cody! Where there is love, no distance, it's too far! Hey, hey! Oh shut up! Just throw us the rope! Okay, okay! May relax! Come on, huh? Huh? You want the rope? You want the rope? Come on, you want it? Come on, come on, take it! Woo! 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 Okay, ich ahne was. Ich auch. Jetzt sind lauter Ameisen. Good. Guten Tag. Das ist eine Ameisenstraße. Ich warte mal, bis die zu Ende ist. Wo bist du denn? Ach, da oben. Ich kann kein RP drücken. Muss man das wieder zurückholen, das Seil? Nee, du musst erspringen. Nein! Ich folge mal den Ameisen. Bist du wieder da bist? Wieso geht... Ja, also ich mache immer einen Doppelsprung. Ich weiß nicht, ob es da ran liegt. Scheiße! Am Ende solltest du flitzen. Wo bist denn du jetzt hingegangen? Hä? Ja, wo hat der mich denn jetzt zurückgeworfen? Achso, nee. Ich bin aber am Zielpunkt hin. Hier bin ich auf der anderen Seite. Hier. Hier. Wie gesagt, am Ende würde ich flitzen beim Letzten. Also nach dem Letzten. Bei dir klappt das so. Ja, super. Ja, ich habe nochmal die Style genommen. Ja. Oh, da waren gerade irgendwelche kummischen Fliegen oder sowas. Ist hier eine Schaukel? So hoch im Baum? Ja, wir sind sehr klein. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ähm, müssen wir da hin, ja, ne? Nein! Och, ich habe die falsche Taste gedrückt, dich Idiot. Hier ist was zum... Ich habe R2 gedrückt. Das war jetzt, glaube ich, nicht so günstig. Ich habe es immer noch drauf. Ich habe gerade einen Papierflieger runtergeworfen. Was ist denn? Ja, toll. Vielleicht hätten wir den ja auch nutzen können, um da hinzukommen. Aber nein, du denkst wieder mal nicht nach. Ja, zum... Ich habe den Weg gesehen. Uh! Ne, ich habe ihn nicht gesehen. Wuhu! Habe ich übrigens gesagt, dass Lena sich beschwert hat, dass wir zu laut sind? Och, super. Äh... Kann es sein, dass es so dumm ist? Ich muss jetzt den kompletten Weg nochmal neu machen, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Beim letzten musst du aufpassen. Da musst du, äh, rangehen an das Ding. Das habe ich leider etwas zu spät gesehen. Nein! Wieso nimmt er das nicht an? Hm? Äh... Nein! Ich bin wieder unten! Ich bin komplett unten, willst du mich verarschen. Ah, ja, du musst um die Ecke. Okay. Da müssen wir zu zweit ran, Schatz. Ich komme in drei Stunden nach. Ich hänge da mal eine Runde ab. Komm schon! Also wenn du da hoch springst, dann an diesen Pilzen, oder was das da sein soll, da, ähm, und das Ding dann erwischt, da musst du nach links in den Baum rum. Du komprennend? Nö. Oh nein! Stopp, stopp! Du bist schon da, du bist schon da. Äh, wieso bin ich da da? Ja, frag mich nicht. Habe ich eben auch gehabt. Vorsicht, das ist gleich der Letzte. Was muss ich jetzt machen? Nach links! Äh, bleib einfach dran! Bist du da richtig eingependelt bist. Da hinten musst du hin. Hm. Ich hänge hier oben. Hallo! Ich will das hier abmachen. Ja, das ist mir klar. Es geht nur, weil ich ein bisschen pummeliger bin. Ein bisschen guck dich mal an. Ich bin kernig. Aber was... Das heißt eigentlich, sie mag einen pummeligen Papa. Deshalb hat sie mich ja geschaffen, so. Oh, oh, oh! W-w-w-wait! W-w-w-what are you doing? We don't know what's inside there. Come on! It might be a shortcut to the house. Yeah, but what if it's not? What if it's... Who's... Uncut? Uh... We come in peace. We're trying to get to the house. The house? What's your business there? We haven't got time for this. Is this a shortcut or not? Great. Oh, I told you this was a bad idea. Not helpful. Come on. Help me push. Push. Too heavy. The button. Well, at least we can see through it. Oh, that's great, May. We're imprisoned, but the view is amazing. Dad? Dad, I have to tell you something. It's important. Have you heard of this book by... Um... Dr. Hakim. He says that it's important to forgive each other. Because then you can become friends again. If you want, you can borrow the book. Okay. You're busy. Sorry. Cody, are you okay? Yeah. Been better, but I'm okay. Mm. Oh. Are you working for the wasps? Uh... What? The wasps? Don't play dumb. Did they send you here to kill us? What? To kill you? No. We're not working for any wasps. We'll see you side, Yuron. Pull a switch. You got it, Chief. Oh, oh, get away, get away, get away, get away! Halt! 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 Wollen wir irgendwas machen? Ne, wir kann nichts machen, oder? Ne. Schatz, das ist ne Filmsequenz. Boss, it doesnt look like they are on the wasps team. And why don't they die? Maybe they have superpowers. What if they can help us? Ja. Ja. Let's find out. Abort! Oh! 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 You okay? Yeah. You? Yeah. Just about. That was terrible. Horrendous. Oh! Hey! Come here! Oh! Oh my gosh. Hey there, Mr. Big Squirrel. Wow. So, do you want to get to the house? Yes. We can get you there. Really? That's very, um, kind. On one condition. What do you mean? Follow me. To the Entnissen. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Wow. They must be real hoarders. Hey! Hey! That's our remote control! They stole it! Those sneaky rodents! Look! Our family photos! What could they want with those? I don't know. But we look good. Hey! That's my underwear! Hardly a loss. You used to love that underwear. 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 The wasps have invaded our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? We can't kill those crazy creatures. You nuts! Nope. No offense. Don't worry. You'll just survive too. Against a whole swarm of them surely will die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology. The tree sap hapshy key 57. Yeah. Die will ich! Combined with a Drill Bazzar X 200. See, krieg ich. One more thing. We sent a undercover agent who could operate our Queen robots. As planned the wasps believed the robot was their real queen. Aber stattdessen den Waspen, unseren Agenten wurde durch seine Macht verabschiedet und verabschiedet. Also, töte die Waspen und der Agenten und der Roboter und wir helfen dir in die Haus. Entstanden? Ah, ja, sicher, aber... ist es eine mehr civilisierte Weise, dass wir... Und wieder diese Beschuldigung. Was ist das? Was ist das? Du glaubst das? Ich glaub nicht, die Aquare. Sie verabschieden meine Unternehmung. Oh, glaube ich, das war eine Zahnung. Oh, wirklich? Na least meine Unternehmung ist jetzt eine Teil der Maschine sofisticiert. Ich vermische, dass es sich flieg. Natürlich machen wir! Bist du? Gah! You know, ich kann nicht warten, um zu zurück zu meinem Körper zu kommen? Um, dass wir uns so gewinnen sind. Oh, ich auch. Genau, lasst uns Drillbazzen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Allerdings würde ich gerne mal ausprobieren, wie das aussieht mit RT. Das sieht auf jeden Fall schon ziemlich übel aus. Oh, du kannst auch ziemlich weit spucken mit dem Teil, ne? Mhm. Oh, ich aber auch. Ja, aber ich dachte, also explodieren tut es aber nur sinnvoll, wenn du auf meine Sachen schießt, ne? Oder wie? Ja, keine Ahnung. Müssten wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge ausprobieren. Und ja, ich bin echt gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao.